Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Erklärungsnot, meine Wenigkeit ist der Harlelin und das ist das schöne Spiel Sunkenland. Ja, es gibt noch einen Hotfix. Ganz klar, zum öffentlichen Test 2 gibt es ein paar Bugfixes, die ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten will. Wir wollen sie gemeinsam teilen, doch bevor ich dieses Video jetzt anfange, möchte ich jetzt mal ganz kurz was zu den Problemen sagen, die immer mal so angesprochen werden in den Kommentaren. Meine lieben Freunde, ihr dürft uns gerne kritisieren und wir lieben konstruktive Kritik natürlich sehr. Genauso mit dem Tonproblem, das wissen wir. Es ist einfach über Discord manchmal so, dass wir unterschiedlich laut sind, obwohl wir, der Klonker und ich, haben das gleiche Mikrofon. Und das ist eigentlich ein sehr bekanntes Mikrofon, möchte jetzt keine Schleichwerbung machen. Das sind eigentlich keine schlechten Sachen, auch der gute Speedtorn hat ein Headset, was nicht bloß 50 Euro kostet. Also, ja, aber Discord pegelt uns ständig wieder hin und her mit jedem Update, wir versuchen, eine Testaufnahme zu machen. Die gehen halt 10 Sekunden, 15 Sekunden, was willst du länger in der Testaufnahme machen? Da klingt es meistens gut und sobald wir das dann aber länger aufnehmen, eine halbe bis eine Stunde, dann fängt das Mikrofon an oder irgendwas oder Discord spinnt oder keine Ahnung. Es tut uns leid, wir haben es beim letzten Update nicht mitgekriegt, sonst hätte ich es nicht hochgeladen, wir hätten es natürlich nochmal aufgenommen, denn diese Qualität wollen wir euch nicht bieten. Aber, das versuchen wir auch zu beheben. Was ich nicht gut finde, ist, wenn ihr uns kritisiert, was heißt nicht gut, aber jemand hat geschrieben, ja, wenn ihr eine größere Reichweite haben wollt oder mehr Leute erreichen wollt, dann müsst ihr euren Dialekt ablegen. Mein guter Freund, ich sage da mal was, wir kommen aus dem Erzgeburte, das ist nun mal so, das hört man auch, ja, das kann man nicht verleugnen. Und ich stehe dazu und ich bin auch nicht irgendwie unzufrieden mit meiner Heimat. Ich komme ja her und ich habe einen Dialekt und wir versuchen schon so gut wie es geht, deutlich zu reden. Das geht natürlich nicht immer und was man angeboren hat, hat man angeboren. Und ich werde jetzt keinen Sprachkurs machen, nur weil es Leute wie dich gibt, die das nicht mögen. Und wenn dir der Dialekt nicht gefällt und das ist jetzt nicht mal böse gemeint, dann kannst du ja einfach den Kanal deabonnieren, wenn du es noch nicht, oder wenn du uns abonniert hast, dann deabonnier uns halt oder guck uns nicht mehr an. Weil das ist immer so eine Sache mit dem Dialekt. Das ist sicher, kann ich gut verstehen, dass das nicht jedem gefällt, aber es ist halt einfach auch so, das lässt sich nun mal nicht ändern. Ich meine, das ist seit über 30 Jahren nun mal in uns drin und wir versuchen es zu verbessern, aber wie gesagt, wir werden jetzt deshalb keinen Sprachkurs machen, wem das nicht gefällt. Hey, der muss uns ja nicht angucken, ganz einfach. Und der Kollege, der dann unten drunter geschrieben hat, unter diesem Kommentar, möchte ich jetzt keine Namen nennen, ja, da gebe ich dir recht. Ja, ist schön, dass du ihm da recht gibst, aber du selbst hast einen Dialekt, das weißt du auch. Und bei dir ist das dann okay und bei uns nicht, oder wie, das verstehe ich nicht ganz. Oder hast du den Ton gemeint, dann ist es okay. Aber wie gesagt, so Dialektsachen ist schön und gut, verstehen wir alles völlig, können wir auch komplett nachvollziehen, dass das nicht jedem gefällt, aber dann, wie gesagt, guckt uns einfach nicht an. Damit haben wir dann auch kein Problem, das ist dann halt so, weil wir sind halt, wie wir sind und das werden wir auch nicht verstellen oder verstecken. Das finde ich, haben wir auch nicht nötig. Mit dem deutlichen Lesen, das kann ich alles nachvollziehen. Das ist, wie gesagt, richtig, dass das manchmal nicht ganz einfach ist, uns da zu folgen. Das, wie gesagt, tut uns auch leid. Aber, und mit Reichweite muss ich sagen, wir haben über 800 Abonnenten aus der Region, wo wir herkommen, ist das schon sehr gut. Und wir haben eine gute Community, die mit uns gegenseitig kommuniziert und uns auch einige Fehler verzeiht, Gott sei Dank. Und wir können uns eigentlich über, ja, Reichweite nicht beschweren. Wir wollen ja gar keine 10 Millionen Abonnenten haben. Aber gut, das haben wir jetzt mal geklärt. Jetzt kommt es auf jeden Fall zum Hotfix, öffentlicher Testzweig, Bugfix. Das Problem mit dem inkorrekten Speicherungen von Elektrizitäten wurde behoben. So, da kommen wir nämlich schon dazu, dass diese Elektrizitätsspeicherung mit diesen Batterien, das funktioniert nicht. Ich habe das probiert, ich wollte ein Video machen, wollte jetzt aber erst mal warten, weil ich dachte mir schon, da kommt noch was. Das hat noch nicht funktioniert, das haben sie jetzt hoffentlich behoben. Ich hoffe, dass es das ist, was ich denke, was es ist. Weil in meinen Augen haben die Batterien keinen Sinn. Ihr könnt die anschließen, ja. Und ihr steigert euren Stromverteiler dann um, je nachdem welche ihr nehmt, 15.000 oder 3.000 Ampere. Aber es hat keine Auswirkungen. Das habe ich halt noch nicht verstanden. Das Problem wurde behoben, bei dem neue beschädigte Nahkampfwaffen an der fortgeschrittenen Waffenwerkstation zerlegt werden konnten. So, also, ja, Nahkampfwaffen, das ist natürlich die Mariette gemeint. Die haben wir natürlich zerbrochen gefunden, um sie dann letztendlich wiederherstellen zu können. Brauchen wir die ja. Und die konnte man zerlegen, wenn man die zerlegt hat. Dann habt ihr dort ebenfalls ganz normale Waffenblaupausen rausgekriegt. Habe ich auch nicht verstanden, aber okay. Das wurde jetzt behoben, man soll das wahrscheinlich nicht zerlegen können. Das Problem wurde behoben, bei dem Kraftstoffgeneratoren Benzin verschwendeten, ohne Elektrizität zu erzeugen. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Weil, die haben, wie da eine Kollegin schon geschrieben hat, ich muss da mal lachen über seine Kommentare. Die sind echt legendär. Also, ich lese mir die echt oft durch, weil ich die einfach unglaublich lustig finde. Ja, er hat schon geschrieben, die nuckeln die weg wie nix. Und das ist auch so, es wird unglaublich viel Sprit verbraucht, um Elektrizität zu erzeugen. Und wenn das dann aber gar nicht passiert ist, dann ist es schlecht. Ja, das ist gut, dass da ein Bug weg ist. Wiederbelebende Knopf wurde dem Escape-Menü hinzugefügt, der einen manuellen Wiederbelebung ermöglicht. Okay, Wiederbelebende Knopf. Okay, das heißt wahrscheinlich, wenn du jetzt festbackst irgendwo, kannst du den Wiederbelebungsknopf drücken und bist dann tot und wirst gerespawned. Auch nicht schlecht. Ist manchmal ganz schön hilfreich. Oft bei mir war es aber so, wenn so ein Problem war, habe ich mich einfach außen eingeloggt oder bin gestorben. Und dann konntest du ja dein Zeug wieder aufsammeln. Ist zwar ein bisschen nervig, aber wäre ja hier dasselbe, geht nur schneller. Das Problem mit der inkorrekten Abschließung von Spielmissionen wurde behoben. Ja, da hatte ich zum Beispiel das Problem, dass ich Pilze, ja, musst du ja Pilze machen irgendwie, oder musstest du mal. Und drei Stück solltest du tun, also solltest du braten. Ich habe vier Stück gebraten und das ging trotzdem weiter. Also ich sollte drei braten, die waren dann abgeschlossen und das ging aber hinten weiter. Also ich habe dann vier von drei, fünf von drei, sechs von drei, also das hat nicht mehr aufgehört. Also das haben sie jetzt wahrscheinlich mal behoben, so das Missionsproblem. Das Problem wurde behoben, bei dem der Bauplan für den Solargenerator auf der fernen Insel nicht angezeigt wurde. Ja, das ist nämlich auch so ein Problem, meine lieben Freunde, der Solargenerator, den gab es nicht zu sehen. Ich habe ihn mal ganz kurz gesehen, als ich im Spiel reingekommen bin und dann war er aber weg. Ich habe ja leider nicht gemerkt, auf welcher Insel er ist, jetzt wissen wir es, auf der fernen Insel, da finden wir jetzt den Solargenerator, werden dich sicherlich noch wieder drüber machen. Sehr schöne Sache, weil ich habe mich schon gewundert, ich dachte erst, du musst den zufällig finden, aber das wäre hart. Also das wäre echt hart. Aber es wäre ja auch so gegangen, wenn du die Windräder findest und die waren ja angezeigt. Bugfix, die Anzeige der Kraftstoffgeneratoren und die Leistung der Windturbinen wurden verbessert. Das ist auch schön, die Windturbinen, gut, dass ich das Video noch nicht gemacht habe, das ist natürlich sehr gut. Die Windturbinen haben, je nachdem, welche Höhe ihr gestellt habt, wurde ja auch schon in den Kommentaren geschrieben, haben die natürlich mehr Elektrizität oder weniger Elektrizität produziert. Aber so richtig funktioniert hat es nicht, denn selbst wenn ihr die auf eine gewisse Höhe gestellt habt, natürlich war es auch ein bisschen wetterabhängig, so habe ich es mir zumindest gedacht, aber wenn ihr die auf eine gewisse Höhe gestellt habt, selbst wenn Wind ging, ist er bei mir manchmal abgesackt. Also erst hat er 750 produziert, dann ist er runtergesackt auf 350, zwischenzeitlich 150 und so weiter. Also ist schon klar, dass es schwankt, aber ich glaube, so war es nicht gewollt. Und machen wir natürlich positiv. Und das haben sie jetzt wahrscheinlich behoben, das ist sehr schön. Was sie leider noch nicht behoben haben, steht hier zumindest nicht drin. Es ist schön, dass wir den Solargeneratorenbauplan finden. Wenn ihr aber bei eurer Baupläne mal reinguckt, dann werdet ihr feststellen, dass die Baupläne, die Optik ist der Hubschrauber. Also in den Bauplänen drin, habt ihr dreimal einen Bauplan des Hubschraubers. Einmal ist es der Hubschrauber und einmal ist es aber die Solargeneratorenanlage und einmal ist es das Windrad. Was aber die Optik vom Hubschrauber hat, zumindest der Bauplan. Das müssten Sie vielleicht auch noch beheben, ist jetzt aber nur ein kleines Problem, kommt aber sicherlich noch was. Schön, ich freue mich, dass wir so einen großen Testzweig rausbringen und auch im Testzweig dann sofort wieder Hotfixes bringen, die wahrscheinlich auch angesprochen wurden von vielen Spielern, ist ja auch wichtig, dass es läuft. Außerdem machen die ja auch den Hotfix bzw. den Testzweig eben, um solche Probleme zu finden, um die dann, wenn das ins Spiel integriert wird, dann eben rauszunehmen. Aber bitte, bitte, liebe Entwickler, ändert nichts, nichts an der KI bzw. an dem Aiming des Spiels, weil das ist jetzt gerade richtig gut. Das war es aber in der letzten Testphase schon, als es dann ins Spiel integriert wurde, war es wieder schlechter. Also bitte lasst das jetzt so, wie es jetzt ist, wenn das möglich ist. Weil, haben ja auch einige schon geschrieben, es ist besser geworden, viel besser. Ja, schön, bin ich gespannt, was da noch so kommt. Das wird nicht der einzige Hotfix bleiben, da kommt noch mehr, definitiv. Ist ja immer so, wie gesagt, bis das dann ins Spiel integriert wird, komplett. Was ja auch noch fehlt, sind diese, ähm... Ah, ich weiß gar nicht, was du brauchst. Windturbinen können, äh, ich weiß gar nicht, wo das standen. Transistoren, Transistoren, glaube ich, gab es noch, äh, die den Strom quasi nochmal irgendwie verteilen konnten. Und die fehlen ja nun auch noch komplett. Die, äh, sind noch nicht ins Spiel integriert worden. Das kommt noch, und das muss ja dann auch noch folgen im Testzweig, denke ich mal. Oder das kommt dann zur finalen Version, wenn das dann ins eigentliche Spiel mit integriert wird. Ja, schönes Ding. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, ihr seid wieder mit dabei und zockt kräftig. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich was vergessen habe, wie ihr das so findet. Und, ähm, ja, wer es noch nicht gemacht hat, lasst gern auch ein Abonnement da. Ich sag danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschö, mädö.